Guten Tag und Willkommen zu einem neuen Part von LS15. Wir haben es leider nicht geschafft, im letzten Part den Kartoffel-Ernter zu kaufen. Da haben 10.000 gefehlt. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Und außerdem ist das Feld ja eh noch nicht reif. Da kann man das schon mal verkraften. Oh, nicht so früh. Der ist schon wieder voll. Was habe ich noch nie gesehen? Ist er schon halb fertig? Junge, Junge, Junge. Geht das schnell bei denen? So, das ist dann aber auch heute erstmal... Ja, heute weiß ich noch nicht, aber... Für jetzt erstmal der letzte Part. Da habe ich 4 zu sammeln. Die kann ich dann gleich ins Ränder anpacken und hochladen. Ich finde es passt irgendwie besser, wenn die dreckig sind. Zu dem Beruf und so. Nichts dreckig überhaupt. Da ist es nicht so trauernd. Oder so. Aber... Passt irgendwie. Warte mal, wir schauen irgendwie. Ist das leiser hier drin sein, ne? Aber ist ja Wumpe. Düngen müssen wir. Das fällt da unten auch noch. Fällt mir grad ein. Der Tecker kann ja da unten gleich bleiben. Ach. Falte Anzeige geguckt. Das ist der hier. Der fast voll war. Ich wollte ja mal gucken, ne? Kann man hier irgendwo... Gucken, was das hier bringt. Wie voll der ist. Saatgut. Hä. Könnt ihr ja auch mal unten in die Kommentare schreiben. Du 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 du. Hat er 60 Prozent. Dauert sich mehr lang, ne? Auf Fläscher war es sogar noch in diesem Part. Irgendwann wird jetzt alles voll sein. auf Fläscher. Sehr schön. Oh, ich hab irgendwas hier unter der Hand, ey. Auf meinem Mausbett. Ich geb alles daneben. Der ist auch schon übelst dreckig, ey. Was ist, wenn ich rückwärts? Nee, geht ja nicht. Herr Göste! So. Blinklich wieder an und dann geht's weiter. Der Drecher muss noch zweimal ausgelähnt werden und dann... ...haben wir das Geld zusammen. Rückenschmerzen. Eier bringen ja auch nicht so viel, ne? Sag doch was! Kann doch nicht auf alles achten. Ähm... Jetzt hat der schon wie 80% voll. Es geht doch schnell! Kann man den Erntner eigentlich mit Helfer laufen lassen? Hoffentlich. Wenn, dann hab ich nämlich ein kleines Problem. Dann muss ich einen Koppel mit reinholen, der mir dabei hilft. Aber müsste eigentlich, ne? Dann muss ich immer daneben fahren. Vielleicht werden das dann mal extra lange folgen. Ja. Wird wahrscheinlich so geschehen. Aber nagelt euch noch nicht so drauf fest. Ich entscheide das dann spontan. Wie ich es eigentlich immer mache. Nee, ich glaub, das schaffen wir nicht mehr in diesem Part. Dann einfach mal im nächsten... Aber ist ja noch... ...zwei Minuten hin, oder? ...zwei Minuten hin, oder? Und jeden Krümel Strom. Dann brauchen wir große Saatmaschinen und dann geht's ab. Steht der wieder im Weg dann? Nee. So, voll mit der Gacke. Dreschloss auch gleich wieder voll. Nee, ich schaff' war nicht mehr. Da ich auch grad sehe, dass der Part schon wieder vorbei ist. Sag ich einfach... Du Unfall. Wieso ein Gummipall? Ich bin einfach zu dumm, ey. Guck mal um dir die Videobeschreibung und deutet das Twitter auf Facebook verlinkt. Lassen einen Kommentar da, ein Däubchen nach oben wäre auch sehr nett. Und ein Sendeplan ist auch noch in der Videobeschreibung. Da sehen wir uns morgen im nächsten Part, ne? Ja, wir sehen uns dann morgen. Bis dennne. Tschüss.